Ciao a tutti, hallo zusammen Enzo Eugenio noch mal hier als besinkenden Koch Wir machen heute eine richtige, schöne Spezialität Die Tayetelle im Parmesanleim Mit Zucchini und Scampi Ist ganz einfach, mit italianischer Art Wir haben die Tayetelle, die Scampi Die Zwiebelringe, die ganz fein klein Die Butter Cocktailtomaten Zucchini Basilikum, sehr wichtig Und Olivenil Natürlich dazu, was noch fehlt, ist der Parmesanleim Schon gerieben, aber schon mal vorbereitet Jetzt haben wir die Tayetelle zum Kohl Die brauchen wir fünf Minuten und dann ist es fertig Die Zwiebel vom Zwiebel Perfetto Olio d'oliva Mitername Die Zwiebeln Musik Musik Musik